Das Reisewetter Ungarns für Freitag, den 16. August. Ja, die Badekleidung kann weiter anbehalten werden, denn in Budapest wird es sonnig und warm mit 38 Grad. In Debrecen wird es ebenfalls sonnig bei 36 Grad. Wir gehen weiter nach Djörr. Dort setzt sich ebenfalls das warme Wetter mit 35 Grad am Freitag fort. Auch in Hewis wird es mit 35 Grad sonnig und warm. Peetsch meldet Sonne bei 37 Grad. Und auch in Zeged wird es am Freitag sonnig bei 39 Grad. Das wohl der Spitzenreiter dann am Freitag. In Mischkols wird es am Freitag sonnig mit Höchstwerten von 36 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017